ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin ready. Ja, dann, let's begin! Was muss man davon machen? Wie will ich das denn machen? Äh, wer bin ich überhaupt? Ach, ich bin gelb. Nein! Loll, es hat uns beide rausgemacht. Ohne Streis, das ist ein Witz. Vor allem die beiden Mongos. Kreiß jetzt an. Scheiß Tryhards, ey. Komm ich da durch? Ah, ich hab gewonnen. Och, nein, wie knapp war das bitte? Gute Move, gute Move. Ja, das war, du Jungs, das war Hammer, ne? Spannend, ne? Alter, lässig, wie wir hier vor dem Ding hier hocken. Ja, so. Ich guck mal, was hier heute am Angebot ist. Ja, check mal ab. Kannst du grünen Saft bestellen? Ich guck mal, was da ist. Ist der grünen Saft aus? So, seid ihr bereit, ey? Warte, ich will noch ein wenig Rum trinken. Äh, Gin. Och, ey, aber dann fährst du nicht. Doch, klar fähr ich. Oh, Mann. Oh, die Polizei. Wir haben einen Stern. Was? Wir haben einen Stern? Ey, ich hab zwei Team gedrungen und der lenkt hier, als wäre er besoffen, Mann. Ah, Mann. So, Mann, lässst dann. Ne, das kostet einfach mehr. Jetzt haben wir gleich wieder einen Stern. Das war ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ey, warum haben wir denn schon wieder einen? Wir sind halt cool, Flo. Ist das der Wagen von der Organisation, oder was? Äh, das hat der... Den hab ich organisiert. Robert hat sich da drum gekümmert. Äh, das ist der Fahrzeugchef bei uns. Der Mechaniker. Ich bin der Mechaniker. Diesem CEO vertraue ich blind. Das ist unser Slogan, oder? Wir müssen doch jetzt die Kisten aufsammeln, dann geht's zurück zum Lagerhaus. Geht mal kurz zur Seite, ich will da hinten einparken. Ja, die landen auch jetzt gerade da. Ja, ich pack nur ein. Okay. Ist weniger auffällig. Ja, fahr hin, fahr hin. Wohin? Sammelt das Zeug auf. Kann jeder nur eine nehmen, oder können wir... Ja, jeder kann nur eine nehmen. Oder der eine könnte uns gleich kreuzen, oder? Oh, ich seh, der kommt. Sieht ihr das? Ich seh nix. Von wo, von wo? Sag an, von wo? Ich seh niemanden. Ne, 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 der hat weggedreht. Optimal, ey. Ab ins Lagerhaus. Jetzt kommt der spannendste Teil. Jetzt müssen wir durch die Gießbohrung durchbringen. Alter, hast du viel hier? Das hol ich ja mittlerweile drin. Ja, deswegen. Ich hab ja vorher extra alleine was angesammelt. Ey, du Shampoos. Ey, lass mal hier ein wenig... Was, wie heißt das? Blöd her? Das löste was rausgeht. Champagne. 180.000. Kann mir jetzt so eine Flasche hier köpfen? Erledigte Lieferung 0 von 20. Ach du Scheiße. 30 Minuten. Was? Machen wir hier jetzt 1-1. Ach. Äh, 2-2 meine ich. Ja, klar. Nee, jeder 1-1 Flo. Ich glaub 12. Danke. Danke, Markus. So, die ersten Heroes. Ah. Flo? Der Einer muss mit vor zum anderen. Okay, wie läuft das jetzt ab? Alter, sind das wie eine Punkte auf der Karte, wo wir nicht müssen. Ja. Wie läuft das jetzt ab? Wie tief? Vorne du hast mich grad gekillt, weil ich im Rothawk standen war. Echt jetzt? Ja. Wo bist du? Ist ja egal. Alter. Alter, du schießt uns ab. Wer schießt euch ab? Hä? Das sind irgendwelche Typen. Ich hab die Kopfgeldjahr überlegt. Ich hab grad einen Achievement geklickt. Ja, wir werden grad beschossen. Ja, ja. Ach nee. Aber du fliegst ins Wasser rein. Ich kann nicht mehr lenken. Der fuck, man. Hä, was jetzt? Ach, jetzt ist ja schon generell vorbei. Okay. Ja. Wir wurden beschossen mit Raketen. Wieso dürfen, äh, wieso darf ich jetzt nicht weitermachen? Super Metroid ist Joidio. Cool. Jetzt sind 200.000 Grad des Klorona gespürt. Äh, Alter, ich kann nicht mehr fliegen. Der hört einfach auf zu fliegen gerade. Loll. Äh. Ganz soft? Ja. Glaubst du mal dahin? Gut, ne? Was? Äh. Optionen. Alter. Also Einstellungen. Und dann Sprach-Chat. Das war ja schon fast cool. Boah. Sorry. Ach so, jetzt dachte ich grad, wir werden ein Attacur. Und der verliert wieder einen Wert, wenn wir den beschädigen, oder was? Container-Wert. 20.000. Der ist bestimmt oben drauf, oder? Wir knallten einfach so ab. Boah. Alter. Höh. 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 Okay. Jetzt passt los. Down. Nice. Alter, nein, Franzi, das lockt so die Hacker hervor. Der ist bestimmt 12 oder so, und jetzt ist er frustriert. Äh. Machst du denn? Dann. Ich finde Flo macht das überraschend gut. Oh. Selbstzerstörung. Müssen wir hier raus? Geil. Danke. Boah, das war ein Schlag? Sorry. Das ihr euch jetzt glaub ich heute zum achten Mal, oder so? Ey, ich wusste nicht, dass ich dich mit einem Schlag töte. Mhm. Jo. Helder, der Flo brennt. Sag mal. Du hast den Flo grad damit angezündet, Mann. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, geil. Ein Benehmen hier. Woah. Woah. What the fuck? Ey, das ist ja mega OP eigentlich, ne? Was hast du? Begib dich zu einem Laden. Hä? Alter, lass das Ding mitnehmen hier. Stopp, 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 stopp. Oh, geil. So. Bin bereit. Lass losfahren. Wir sammeln halt nach einer Zeit ein paar Autos vor uns. Ich seh's überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung, was vor uns passiert. Jetzt? Hängst du? Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Wo hüpfe ich hin? Aua. Sind du tot? Ne, nehm nur. Alter, schaut das lustig aus. Warte, ich muss wieder hochklettern. Jawoll, Franz. Jawoll. Ja, schön geworfen. Alter, nice. Eigentlich kann man doch echt hier so ein paar Haftbämmen auf die Straße legen. Haha. Lässig. Ja. Das war's. Oh Leute, ihr fahrt gerade vorbei. Oh Leute, ihr fahrt gerade vorbei. Haha. Schaut geil los. Oh Leute, ihr fahrt gerade vorbei. Ü分. Oh. Tja, mh.